Als Nachfolger von Ludwig Erhard wurde am 1. Dezember 1966 der CDU-Politiker Kurt Georg Kiesinger von der neuen schwarz-roten Koalition zum Bundeskanzler gewählt. In diesem Video wollen wir uns mit Kiesingers Kanzlerschaft genauer auseinandersetzen. Dazu schauen wir zunächst auf die Regierung selbst. Neu war, dass erstmals die SPD in einer Regierungskoalition war, womit die Opposition auf die 49 Sitze der FDP zusammenschrumpfte. Nicht weniger interessant ist aber auch, dass mit Kurt Georg Kiesinger ein Mann zum Kanzler gewählt wurde, der eine NS-Vergangenheit hatte. Er war nämlich 1933 in die NSDAP eingetreten. Um einem Einsatz an der Front zu entgehen, arbeitete er im Laufe des Zweiten Weltkriegs im Reichsaußenministerium und war zeitweise der stellvertretende Leiter der Rundfunkpolitischen Abteilung. Kiesinger selbst sagte später, kein Anhänger der Nationalsozialisten aus Überzeugung gewesen zu sein. Auch wenn er 1948 im Zuge der Denazifizierung entlastet wurde und 1966 im Spiegel ein Dokument aus dem Jahre 1944 veröffentlicht wurde, das belegt, dass Kiesinger bei der SS denunziert worden war, haftete seine NS-Vergangenheit immer an ihm an. Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang die Ohrfeige gegen Kiesinger durch die deutsch-französische Journalistin Beate Glasfeld auf dem CDU-Parteitag am 7. November 1968. Dabei bezeichnete sie Kiesinger als Nazi. An dieser Stelle soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass aus der Riege der Minister auch Finanzminister Franz Josef Strauß von der CSU sowie Wirtschaftsminister Karl Schiller von der SPD eine NS-Vergangenheit hatten. Gehen wir zur Innenpolitik über. Die neue Regierung musste sich vor allen Dingen mit der Wirtschaftskrise auseinandersetzen, die 1966 ausgebrochen war. Die Arbeitslosenquote stieg von 0,7% 1966 auf 2,2% 1967. Das Wirtschaftswachstum fiel 1967 in den negativen Bereich. Dies war die erste Rezession für die BRD. Am 23. Februar 1967 beschloss die Große Koalition ein Investitionsprogramm, durch das unter anderem Bauaufträge für Wohnungen und Straßen erteilt wurden. Zudem wurde am 10. Mai 1967 das Stabilitätsgesetz beschlossen. Hier wurden auf wirtschaftlicher Ebene die Ziele der staatlichen Politik definiert. Diese Ziele sind als magisches Viereck bekannt. Demzufolge soll der Staat danach streben, dass eine hohe Beschäftigung herrscht, die Preise stabil bleiben, ein angemessenes Wirtschaftswachstum erreicht, sowie ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht erzielt wird. Was die Wirtschaftskrise als solche betrifft, sei noch gesagt, dass sie schon 1968 überwunden wurde. Wo wir aber schon mal bei Finanzen sind, sei noch die Finanzreform 1969 erwähnt. Hierbei wurde der Länderfinanzausgleich derartig geregelt, dass reichere Bundesländer Ärmere unterstützen sollten. Brisant war der Beschluss der Notstandsgesetze 1968. Bis dato gab es derartige Gesetze in der BRD nicht, was bedeutete, dass die Westalliierten im Falle eines Falles den Ausnahmezustand verhängen konnten. Die Westalliierten waren aber bereit, dieses Recht abzutreten, und die Union war gewillt, Notstandsgesetze zu kreieren. War dies vor Kiesinger aufgrund der ablehnenden Haltung der SPD noch nicht möglich gewesen, da ohne die Sozialdemokraten die verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit nicht erreicht werden konnte, war dies nun anders. Auch wenn es Proteste in der Bevölkerung gab, erhielten die Gesetze am 30. Mai 1968 die nötige Mehrheit im Deutschen Bundestag. Durch die neuen Notstandsgesetze war es möglich, gewisse Grundrechte, zum Beispiel das Brief- und Postgeheimnis, aus der Kraft zu setzen, sollte der Bundestag oder im Verteidigungsfall der gemeinsame Ausschuss, das ist ein Notparlament aus Mitgliedern des Bundestages und Bundesrates, eine Gefahr für den Fortbestand der Demokratie sehen. Allerdings wurden zwei Ergänzungen ins Grundgesetz aufgenommen, um einen willkürlichen Gebrauch der Gesetze zu verhindern. Nach Artikel 9 konnte bei einem Arbeitskampf kein Notstand ausgerufen werden. Das war die Sorge von Arbeitern und Gewerkschaften gewesen. Und nach Artikel 20 Absatz 4 gab es das Widerstandsrecht für die Bevölkerung, wenn die Notstandsgesetze missbraucht werden sollten. Nichtsdestotrotz, die Verabschiedung der Notstandsgesetze ließ weitere Proteste aufkommen, die von der selbsternannten außerparlamentarischen Opposition, kurz APO, organisiert wurden, die sich vor allem aus Studenten speiste. Die APO kritisierte die kleine Opposition im Bundestag, schätzte die Notstandsgesetze als Gefahr für die Demokratie ein und forderte im Zuge einer Hochschulreform unter anderem Mitbestimmungsrechte. Auch sprach man sich gegen die US-Beteiligung im Vietnam aus und solidarisierte sich mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Die Studentenbewegung, deren Motor der aus der SPD ausgeschlossene Sozialistische Deutsche Studentenbund, kurz SDS war, kritisierte zudem die Elterngeneration dafür, dass sie sich nur unzureichend mit ihrer eigenen NS-Vergangenheit befassen würde. In den Jahren 1967 und 1968 erreichte die Studentenbewegung ihren Höhepunkt. Als beim Besuch des Schars von Persien am 2. Juli 1967 der Student Benno ohne Sorg durch einen Polizisten getötet wurde, kam es zu bundesweiten Protesten. Nach dem rechtsextremen Mordattentat am 11. April 1968 auf Rudi Dutschke, der einer der Anführer der Studentenbewegung und SDS-Mitglied war und 1979 an den Spätfolgen des Attentates sterben sollte, kam es zu den bis dato schwersten Ausschreitungen in der Geschichte der BRD. Dabei richtete sich die Wut auch gegen den Springer-Konzern, da er in den Augen der APO unzureichend und verzerrt über die Bewegung berichtet habe. Die massiven Auseinandersetzungen zwischen der APO und den Polizeikräften nach dem Anschlag auf Dutschke führten dazu, dass Innenminister Ernst Bender von der CDU den SDS-Verbot, da man ihn als Kopf der Aufstände ansah. Danach gingen die Studenten und Ruhm zurück, doch blieb die Episode nicht folgenlos. Kommunistische Parteien wurden gegründet, SPD und FDP erhielten von einigen Studenten Zulauf und ein kleiner Teil der ehemaligen APO radikalisierte sich und wurde zur ersten Generation der RAF. Abschließend sei noch gesagt, dass es zumindest im Bildungssektor zu Verbesserungen kam. Im Zuge der Hochschulreform des Jahres 1968 erhielten die Studierenden tatsächlich ein Mitspracherecht an ihren Unis. Damit zur Außenpolitik. Auch wenn auch unter Kanzler Erhard im Juli 1966 ein neues Passierscheinabkommen mit der DDR nicht mehr geschlossen werden konnte, sodass ein Besuch von Westberlinern über Weihnachten bei den Verwandten in Ostberlin nicht möglich war, wollte Kiesinger eine Verbesserung der Beziehungen zur DDR erreichen. Da Kiesinger jedoch eine Anerkennung der DDR als Staat ablehnte, kam es zu keinen großen Gesprächen zwischen der BRD und der DDR, sodass sich während Kiesingers Kanzlerschaft nichts an den Beziehungen zur DDR veränderte. Das gilt aber nicht für die gesamte Außenpolitik. 1967 wurden beispielsweise diplomatische Beziehungen mit Rumänien aufgenommen, am 30. August 1967 wurde gegen den Willen der Sowjetunion ein Handelsabkommen mit der Tschechoslowakei geschlossen und ebenfalls gegen den Willen der Sowjetunion wurden erneut diplomatische Beziehungen mit Jugoslawien am 31. Januar 1968 aufgenommen, womit die Regierung die Hallstein-Doktrin untergrub, die generell in der Zwischenzeit an Bedeutung eingebüßt hatte. Derweil verbesserten sich die Beziehungen zu Frankreich wieder und auf europäischer Ebene wurde ein gemeinsamer Agrarmarkt geschaffen. Durch den Fusionsvertrag entstanden zudem zum 1. Juli 1967 eine gemeinsame Kommission und ein gemeinsamer Rat für die Europäische Atomgemeinschaft, für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl sowie für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Blicken wir damit auf die Bundestagswahl 1969, zu der es auch ein gesondertes Video von mir gibt. Im Vorfeld der Wahl zeigte sich ganz klar ein Linksschwenk der FDP zur SPD hin, als nämlich bei der Wahl des Bundespräsidenten durch die Stimmen der FDP nicht der CDU-Kandidat Gerhard Schröder, sondern der SPD-Kandidat Gustav Heinemann gewählt wurde. Nach der Bundestagswahl am 28. September 1969 setzte sich dieser Kurs fort. Auf dieser Folie sehen wir zunächst mal das Wahlergebnis. Die Union mit ihrem Spitzenkandidaten Kiesinger verlor nicht allzu viel im Vergleich zur Wahl 1965, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Die SPD mit Willy Brandt legte deutlich zu und hatte zusammen mit der FDP, die es verhältnismäßig knapp in den Bundestag schaffte, eine absolute Mehrheit, die beide Parteien auch nutzten. Statt wie früher mit der Union zu koalieren, ging die FDP zur SPD über. So wurde am 21. Oktober 1969 Willy Brandt zum ersten Bundeskanzler der SPD gewählt, die Kanzlerschaft Kiesingers war ein Ende gelangt. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Links zu Videos zur Geschichte der BRD, zum Beispiel eines zur Kanzlerschaft Brandts oder eines zur Bundestagswahl von 1969.